Kriegen wir die zweite Welle hin? Kriegen wir die dritte Welle hin? Kriegen wir die vierte Welle hin? Nichts scheint wichtiger zu sein, als diesen Notstand hier im Laufen zu halten, damit man schön an uns vorbeiregieren kann. Das ist der Eindruck, der aktuell entsteht. Und ich glaube, der Eindruck ist richtig. Also, langsam kommen die Experten auch im Öffentlich-Rechtlichen zu Wort, wie zum Beispiel am 03.09. Prof. Martin Hartitsch im ORF. Ein langes, ausführliches Interview, was mir sehr gut gefallen hat. Und es bestätigt einfach nur das, was ich hier die ganze Zeit sage, die Corona-Maßnahmen hätten schon seit Monaten komplett eingestellt werden können. Ihre Kinder mit anderen Kindern spielen, beliebige Familientreffen hätten stattfinden können. Die Schulen könnten normal geöffnet werden. Das ist alles völlig unkompliziert. Stattdessen werden in Bayern Corona-Schwerpunktpraxen aufgemacht und diese Ärzte mit Geld zugeschüttet. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wieder einmal wird inzwischen eine Influenza-Impfung empfohlen für ihre Kinder, jetzt für den Herbst. Wie soll das? Ich habe mir gegen sowas noch nie impfen lassen als Kind. Völlig überflüssig. Es ist sogar gefährlich. Impfungen haben Nebenwirkungen und das ist gut abzuwägen. Sie haben unter anderem auch die Nebenwirkungen, dass vielleicht diese Kinder ein paar Tage später schon wieder in der Praxis erscheinen müssen, weil sie plötzlich irgendwie komische Symptome haben. Und was wird dann passieren? Dann werden sie einen Corona-Abstrich machen und was dabei herauskommt, wissen sie ja schon. Zweite Welle, dritte Welle, vierte Welle und so weiter und so fort. Leute, ihr müsst was tun. Ihr müsst kritischer werden. Ihr müsst eure Nachbarn informieren. Ihr müsst die Menschen aufklären. Nochmal zur Empfehlung. Das, was er dort erzählt, das weiß ich schon länger. Und jeder, der sich auch in anderen Medien als den öffentlichen, rechtlichen informiert, weiß das auch schon lange. Die Verblödung muss endlich aufhören. Wir brauchen keine zweite Welle. Keine dritte und auch keine vierte. Weg damit. Keine dritte. Keine dritte. Keine dritte. Keine dritte.